Tagträumer, danke für deine Spende. Was wäre, wenn Bitcoin nicht wie erwartet adaptiert? Es heißt übrigens adoptiert. Wir haben dazu einen Beitrag geschrieben. Adaption vs. Adoption, ja. Und es heißt tatsächlich nicht Adaption, sondern Adoption, ja. Adoption ist der richtige Wort, ja. Ganz wichtig. Beitrag gerne mal einfach bei uns auf der Seite nach Adaption vs. Adoption oder so schauen. Den kann man dann auch mal Leuten verlinken. Ich packe ihn direkt hier mal eben mit in die Quellen rein. Genau. Könnt ihr dann immer, wenn jemand Adaption sagt, schon mal verlinken. Aber, was wäre, wenn Bitcoin nicht wie erwartet adaptiert wird und Transaktionskosten plus kleiner Block wie Wort nicht ausreichen, um so viele Miner zu finanzieren? Ja, in dem Moment würde die Sicherheit von Bitcoin einfach sinken. Ja, genau. Das könnte passieren. Aber, das wird ja auch jedes Jahr oder immer vor allem vor den Harvings von gerade den Altcoinern vermutet, ja. Charles Hoskinson, vor dem letzten Bitcoin-Harving hat er gesagt, Bitcoin wird sich bei dem Harving in eine Mining-Abwärtsspirale begeben, ja. Bitcoin-Gegenwert reicht ihm ja aus, um die Miner zu finanzieren, Miner kapitulieren und so weiter. Es geht immer weiter runter und dann ist Bitcoin tot. Was passiert? Der Preis hat sich vervierfacht. Genaues Gegenteil ist passiert. Und das bei jedem Harving. Deswegen, 2024, wenn das nächste Harving ist, ist ein sehr interessantes Jahr, weil danach könnte dieser ganze Hype-Cycle wieder losgehen, ja. Und das vielleicht nochmal für euch. Der Bitcoin-Hype-Cycle, der beflügelt alle Krypto-Projekte. Und das passiert jedes Mal aufs Neue. Das Harving-Event ist das Event, wo alle 210.000 Blöcke oder auch alle vier Jahre die Menge der neuen Bitcoin, die pro Block erzeugt werden, halbiert wird. Jedes Mal denken dann alle, hey, dann kapitulieren die Miner, die kriegen nur noch halb so viel Geld, müssen ihre Hardware abschalten, dann ist vorbei, Bitcoin stürzt ins Bodenlose. Ganz im Gegenteil, der Kurs verdoppelt sich plötzlich, die Umlaufgeschwindigkeit hat sich einfach verändert und auf einmal zieht der Kurs rapide schnell an. Immer so ein halbes Jahr oder so nach dem Harving-Event. Auf einmal fängt der Hype an, die breite Masse kriegt das mit, wie Bitcoin hochgeschossen ist und alle so, wow, oh, guck mal, Bitcoin, jetzt stürzen wir die Banken. Alle rennen rein, beflügeln das Ganze noch mehr, machen den sowieso schon knappen Markt, noch knapper, die Kurse explodieren nur so. Dann ist das Geld eingesammelt, das ganze Geld ist im Bitcoin drin, der Kurs fängt an sich zu stabilisieren und alle so, ja, und jetzt? Und dann so, hey, hey, guck mal, der Coin da vorne, der hat ein lustiges Hundegesicht, lass uns dort investieren. Lass uns alle auf TikTok mobilisieren, wenn jeder 20 Euro in das Hundegesicht investiert, dann sind wir alle reich. Und zack, geht der nächste Hype los und der nächste Hype. Und dann kommen die ganzen Schlauberger, hey, wir haben ein neues, cooles NFT-Projekt. Und dann kommen die Smart Contract Plattformen, schau mal, wir sind wie Bitcoin, nur können noch mehr. Und alle so, wow. Und der Hype ist, alle sind in dem totalen Rausch und denken sich, man, wir sind morgen alle reich. Und dann passiert das, was wir gerade sehen. Der Markt ist überhitzt, nichts von diesem ganzen Marketingversprechen stimmt, der Markt kühlt wieder runter, alles korrigiert auf normalen Niveau. Und zwei, drei Jahre später, beim nächsten Halving-Event, passiert das gleiche erneut. Das ist der Lifecycle. Ich habe es jetzt schon zwei Halvings erlebt. Das ist, was hier passiert. Jedes verdammte Mal aufs Neue. Und wenn der Hype so richtig zu Gange ist, wer, wer, ihr seid schon seit Jahren dabei und sagt, hört auf mit Hebel-Trading, hört auf in NFTs zu investieren, hört auf in ICOs zu investieren oder in Smart Contract Plattformen oder sonst was. Mann, dann ist man der böse Hater, der die ganzen Leute einfach nicht leiden kann, der die Gewinne nicht gönnt. Jedes Mal. Und dann, wenn der Hype vorbei ist, kehrt die Ruhe ein, die Leute verstehen so langsam, die Narrative sind gestorben. Und der letzte Strohhalm, an dem man sich festgehalten hat, ist auch schon abgerissen. Und dann, so langsam wird einem klar, hm, was kann eigentlich Bitcoin und was können die anderen nicht? Und wie gesagt, nächster Halving und der nächste Cycle geht los. Wie ein lauter Schrei, der irgendwann immer leiser wird, leiser wird, leiser wird und dann verstummt. Jedes Mal aufs Gleiche. Das ist einfach keine Überraschung mehr. Wie ein verdammtes Uhrwerk. Und von daher, wartet mal 2024 oder 2025 ab. Das kann ich dazu nur sagen, ja. Und dann das Geheule im Chat. Genau, Alois, ja, so sieht's aus, ja. Gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das alles hier ist eigentlich keine Überraschung. Und wir haben, also ganz ehrlich, die Leute, die wirklich diesem Kanal schon seit zwei, drei Jahren folgen, da hab ich das schon gesagt, dass das passieren wird. Dass diese Phase wiederkommen wird. Es war alles abzusehen, ja, alles. Neue Brandregel, Blutdruck 210, ja. Jetzt kann ich jetzt mal gucken, was mein Blutdruck gerade ist. 90 Beats per Minute. Easy. Aber ich hab auch einen Ruhepuls von 60 oder 58 oder so, muss man dazu sagen, ja. Also ist schon hoch, 90. Genau. Tagträumer, klar, theoretisch ist das die Theorie, die passieren könnte. Aber die Realität zeigt eher, dass Bitcoin ein System ist, was gerade durch das immer knapper werdende Gut die Leute immer wieder dahin treibt und am Ende dazu führt, dass es eher genau andersrum läuft. Nämlich, dass der Preis einfach hochgeht und die Miner wieder ihr Geld verdienen, ja. Tatsächlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017